Das wird mir nicht passieren. Das wird mir nicht passiert. Was ist das? Die Brüder kommen ran, die Brüder kommen runter. Riegt mir Ihre Sünde! Dr. Graf, haben Sie Fortschritte gemacht? Ja, Doktor. Die Maschine ist bereit und wartet auf die Leitung. Ja, sehr gut. Ich werde mit Operation Schild fortfahren und bald zu Ihnen stoßen. Sicherheitsprotokoll 935. Äh, eigentlich nicht. Maxis und seine Tochter sind kein Problem mehr. Ja. Noch ein Deutscher. Na toll. Warum hat niemand Nikolai gesagt, dass ihn die Höllenschweine lüge haben? Ich weiß nicht. Ja. Das gibt ein Blutbad. Bericht offen! Die Übertragungen sind beunruhigend. Was geht da nur vor sich? Da unten! Tesla-Tag wird Ihnen zufrieden. Das Gebiet ist nicht länger sicher. Wer immer diese Stimme ist, erscheint sich der aktuellen Situation nicht bewusst zu sein. Die Russen mögen keine öffentlichen Zärtlichkeiten. Keiner als ihr mir da! Neues der Stimme ist nicht mehr. Jetzt! Jagen Sie uns nicht mehr! Jetzt können wir kurz über unseren nächsten Schritt nachdenken. Jetzt können wir kurz über unseren Schritt nachdenken. Was ist das? 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 Was? Was ist das?